Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 6. Wir schnappen uns mal den Wagen und dann gucken wir mal, ob wir den Kollegen noch kriegen. Du stehst da sehr ungünstig. Du Auto. Aber geht. Mit Gewalt geht alles. So, bevor wir jetzt hiermit in so einem Litärgedöns runterfahren, dann lieber in Style. Ah, das ist... Ich hab nirgendwo ein Zeitlimit gesehen. Gut, jetzt ist der Wagen weg. Ja, dann müssen wir zu Fuß. Dann müssen wir zu Fuß da runter. Ich muss zu Marina. Sergio will vielleicht mit seinem Boot fliegen. Okay, wir palen hier schon wieder. Aber hat schon bisschen was abgekriegt. Ja, das passt schon. So, netterweise wird mir ja auch direkt was zur Verfügung gestellt. Ich glaub, wir können einigermaßen aufholen. Gott, dieses Ding lässt sich so beschissen fahren, grad mit der Struktur. Aber da ich davon ausgehe, dass ich gleich schießen muss, werde ich definitiv nicht aufs Gamepad wechseln. Zielen mit Gamepad ist nach wie vor eine absolute Qual. Okay, geht besser als ich dachte. Oh, das ist... Ja. Okay. Gehirnerschütterung, zweiten Grades, Schürfwunden, ausgerengte Schulter. Oh, Matthias. Lass mich raten. Du hilfst mir, um zu beweisen, dass du der Bessere bist. Wo zur Hölle ist El Doktor? Viviru, Verarbeitungszentrum, Gebäude 13. Was soll das, Paolo? Meinst du, El Doktor hält die Paria-Lager ohne Leute wie diesen Scheißkerl am Laufen? Nichts davon. Nichts von dieser ganzen Schweinerei würde passieren, wenn es Ärzte wie ihn nicht gäbe. Scheiß auf ihn. Ich hab kein Mitleid mehr. Und ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Scheiße. Okay, das war's dann mit dir. Können wir dich mal looten? Nein. Danni, komm zum Aussichtspunkt beim Bio-Vida-Labor. Wir starten El Doktor einen Hausbesuch ab. Das wurde aber auch Zeit. Wir beide werden ihn umlegen. Und wir treffen Castillo da, wo es weh tut. In seinem Scheiß-Port-Mornay. Na sowas, Paolo. Du hast mich zum Lächeln gebracht. Bis bald. Gut. Ah, gut, das wird wahrscheinlich dann hier... Ende sein. Wenn wir noch kurz die Sachen hier mitnehmen. Was? Jeden Tag das Gleiche. Bitte tun Sie mir nichts. Okay, es hat keine... Ich will die eigentlich nur grad muten. Was ist hier drin? Ach, nee, hier unten. No, right, da hat es mal... Wer macht hier die ganze Zeit so Stress? Ah? Sanitäter. Danke sehr. Alles klar. Gut. Wo müssen wir hin? Darunter, okay. Okay. Fortbewegungsmittel. Da hinten. Sehr cool. Was kommt das eigentlich grad wie gerufen? Ja, lass uns mal rüber schippern. Naja. In Dragon Pickles kann ich da auch nichts für. Bei Pissen aufpassen, dass hier keiner das Auto klaut. Na, hier wäre auch noch was gewesen, aber ich glaube, mit dem sind wir eigentlich erstmal gut unter. So, dann holen wir uns gleich mal den Doktor. Oder innerhalb der nächsten Folgen. Ich denke, das dürfte ja noch ein bisschen dauern. So, ich lasse mir das hier nicht gerade mal. Je weniger Stress, desto besser. Der gute Doktor. Der ist jetzt nicht dran. Gut, und da oben werden wir uns wahrscheinlich mit ihm treffen. Äh, wie kommen wir da am besten hin? Ah, hierüber. Okay. Okay. Dann können wir gleich mal das neue Scharfschutzgewerd ausprobieren. Jetzt müssen wir das mal aufmotzen erst. Du, 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 du. So, da hätte ich gerne... Ein etwas Besseres. Äh, Mist, jetzt fehlen hier die. Platinen für. Oh, gut, besser als nix. Um. Gut, das wird ein bisschen langsamer, aber macht halt mehr Schaden. Ja, ja. Ja, ja. Aber du musst irgendwie in dieses Gebäude kommen und das Arschloch umlegen. Heute heißt es er oder wir, denn nochmal bekommen wir so eine Chance nicht. Du hast mich wachgerüttelt, Dani. Ich bin vor Castillo davongerannt, vor Maria, vor allen. Jetzt rennen sie vor mir davon. Das ist für Talia. Na, ich weiß ja nicht. Okay. Wir werden das kranke Mistschwein beerdigen. Alles klar. Der Alarm muss weg. Leider kommt keine Verstärkung, ihr Sack. Lass mal ne Runde hier schon mal reinscannen. Ich glaub, die Scharfschütze könnte ich ja schon mal ausschalten. Die werden ja normalerweise nicht so viel gesehen. Gut, die war es wie alarmiert, seitdem jetzt. Oh, ich glaub, passt doch. Gut, gut, gut. Jetzt ganz vorsichtig. Jaja. Ist halt die Frage, gibt's irgendeinen sinnvolleren Weg hier rein? Hier ja schon mal nicht. Aber ehrlich gesagt, bist du grad echt ziemlich im Weg. Mein Lieber. Du hast auch zu viel im Blick. Wieso bist du denn so scheiße? Ich bin vor dem Scharfschützengewehr mehr erwartet. Das sind die Scharfschützengewehr. Sie werden einen Boden angeverbraten. Versuche stattdessen über die Dächer hinein zu gelangen. Tod von oben. Ist nur ein Versuch wert. Okay. Ja. Das ist echt beschissend. Das ist deutlich schlecht, das ist, was ich vorher hatte. Boah, das ist aber wesentlich mehr Abfall. Achso. Bullet Drop. Abfall zum Abfall. Die dürften direkt vor mir sein. Oder über mir, alles klar. Und tschüss. Gut, ich glaube, da haben wir jetzt hier mal aufgeräumt. Sehr schick. So, da hätten wir das noch weg. Cool, cool, cool. So, da oben oder draußen? Draußen. Draußen. Was geht ab, Dani? Der schnellste Weg rein ist der mit einer Waffe. Das Ding ist konstruiert wie ein Bunker. Du musst deinen Kopf anstrengen, um in die Gebäude zu kommen. Verstanden. Ganz ruhig. Also, über die Dächer. Das sollte ja passen. Komplett verriegert. Kann ich mich irgendwo hochziehen? Wenn ich da bin, komme ich halt mal... Ah, wahrscheinlich hier rüber. Also, ich muss irgendwie mal da hoch. Also, das ist ein neuer Gegner gespawnt, wie mir scheint. Aber gut, die Folge neigt sich jetzt ja auch schon mit dem Ende. Von daher würde ich sagen, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ne, das ist super. Das wird so nix. Und, ähm, ja. Hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.